Abfahrt! Abfahrt! Wenn es euch stört gehen, mach ich wieder gern aus, ne? Nee, kannst du... Oh, das ist mir... Okay... Also, es geht los... mit dem Happens, dem Basti... Leck mich! ...und dem Schulle! Hallo! Schon geht der Puls wieder hoch hier! Da geht der Puls wieder hoch... Ey, geil, geil! Ey, klau mir nicht mal eine Münze da vorne! Jetzt haben wir alle dasselbe Kart! Escht jetzt! Das ist ja ein Ding! Oh, scheiße, Blube! Uhuhuhu! Kennt ihr schon die Abkürzung hier? Okay, die hab ich grad... Das war so richtig dumm von dir! Sieht, dass ich ne Rote hab! Ah, nun drifte doch, du! Du! Ach, lassen wir das! Danke! Das ist nur unnötig Zinsen! Ja, moin! Na, verdammt! Das war so schlecht von mir, ey! Oh, eine für den Heppens! Ah, alter! Ist doch gerade erst in die zweite... ...gewechselt! Uuuuh! Uff! Jawoll! Diese Scheißpflanze, Mann! Ey, für Karsten! Oh, das ist... Ey, Bruder! Ich seh' dich jetzt! Alter, jetzt werde ich von jedem wieder getroffen! Wie ich ziele, okay! Ja, ich seh' das! Komm, schickst du einen Schlag auf Krampf! Nice! Uff! Jopp, jopp! Geh, Alter! Geh mit deinem Feuer weg! Was? Was? Du kannst doch treffen, ey! Nice! Oh, mein Gott! Na, endlich! Wenigstens hatte ich mal einen Stern und wurde nicht von diesem Drecksblitz getroffen, ey! Oh, hast du die blaue für mich ab... äh, die rote für mich abgefangen? Das war nett! Habe ich sehr gerne gemacht! Das war... Kein Problem! Warum verklack ich das? Oh, schon kommt! Oh, ich räume mal den Weg frei! Ich hab' da beide am Sterne, nice! Weitest du? Das gibt's doch gar nicht! Geh! Geh! Sei froh, ich wollte grad einen reindrücken! Oh! Oh! Ja! Super, Carsten! Weißt du, Carsten freut sich so, oh geil, ich bin zweiter! Klatsch! Jetzt nicht mehr! Ich hab grad Herz-Augen gehabt! Von wem wurdest du getroffen? Oh, scheiße! Oh ne, tu nicht! Vom, äh... Komischen... Kameramann! Nice! Happens! 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 Da geht mal hier... Ehrwand! Happens! 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 Oh ne! Uhuhuhuhu! Was hast du da liegen? Was war das? 75 Euro eShop-Gaben! Ja, wie viel Zeit, dass du die Overwatch holst? Hast ich ja schon, ne? Hab ich schon! Dammit Overwatch, Brody! Okay, dann können wir ja was starten! So! 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 Na gut! Äh, hab ich gesagt, ja, das hab ich ja... Ja! Irgendwann mal! Zehn Jahren! Los geht's! Nice! Räumst du, by the way! Hörst du auch immer an! Ja, ich geh keinen Schränk! Hallo, hör doch mal auf mich anzubuffen hier! Geht doch! Ah, verdammt! Uhuhuhu! Was war das denn? Hast dich grad wie Mario gehört? Nein, der doch Milch! Och, leck mich doch! Rian, große Runde! Jawohl, meine Rote auf einmal weg! Große Runde, beide breit! Genau! Der Carsten weiß bestimmt! Nein! Oh, bist du etwa in Abgrund? Mit dem Stern? Ja... Oh, fuck it! Fuck me! Na gut, alternative Streckenführung, warum nicht? Du gehörst auf die Karte und schwand auf die blaue? Ja, ich auch! Aber ich hab ne... hab ne Trompete bekommen, das ist gut! Das ist gut! Die kann kommen! Der hat aber auch ein Glück da vorne, ne? Ja, immer! Nein! Ich wollte doch grad den beschissenen Stern zünden, alter! Ja! Jetzt ist hier Baby-Luigi vor mir, das gibt's doch nicht! Baby-Luigi! Oh, das ist nice! Ein goldener Pilz, Bruder! Ja, viel Spaß! Ja, ich gönne mir... Ey, immer ein goldener Pilz wurde geklaut, währenddem ich ihn eingesetzt hab! Oh, ne! Das ist schon belastend, ist das! Ja, das ist richtig belastend! Ruhig! Ne! Beide eure rote Scheiße bei euch! Ja, wenn du die grüne Scheiße nach hinten schmeißt! Ja! Komm, fahr doch mal in Abgrund mit dem Pilz! Nee, 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 nee! Nee, nee, nee! Alter, du bist wieder 100 Kilometer entfernt, ne? Ja, normal! Ich hör euch auch nur zu! Nein, alter! Das gibt's nicht! Und dieser Computer, er hat in diesem Moment den Stern eingesetzt! Genau in diesem Moment, ey! Ich bin Fittermann! Fickt mich hart, ey! Alter! Bowser, dieser dreckige, stachlige... Bah! Oh, schade, sie ist nicht reingefahren, sonst wär jetzt irgendwer von der Schluck zweiter geworden! Na, schade, ich war fast dran, passt die dran! Du warst die ganze Zeit hinter dir schon auf der Karte gesehen! Weißt du, Baby Daisy, in dem Moment findet die den Stern, ey! Was? Vor allen Dingen, Baby Daisy, ein paar Zweiter! Alter, diese verschissenen Blitze! Oh, die gehen mir so auf die Eier! Unglaublich! Mario Salz 8! Guck mal, habt ihr dieses schöne Ding auch? Ist das nicht schön? Oh, schön, ja! Ich seh nix! Ich seh nix! Tja, dann besorg dir mal einen PC oder einen Laptop! Ne, das brauch ich nicht! Aber, Schule, du kannst doch eigentlich, wenn du auf Kamera anschalten gehst, du müsstest das auch machen können, oder? Der hat doch wegen OBS... Ja, ich hab meine Kamera ja im OBS eingebunden! Und die Kamera kann ja nur von einer Quelle benutzt werden! Ach so! Ah, okay! Also nächstes Mal zwei Kameras! Warum kommen eigentlich zweimal hintereinander Schule seine Strecke, Mensch? Das stellen wir hier nicht in Frage, ja? Maul! Sorry! Let's go! Oh! Ja moin, du hast ein geiler Start! Oh! Ja, sehr geil! Ja, moin, ich bin Rolder gefallen, alles klar! Hau ab! Geh weg! Mach du doch Platz! Da pisse er sich! Oh! Oh! Das blöde Fass! Ja, da hat er aber fein gesagt! Nicht wahr? Uriniere er sich hinweg! Ich fasse es nicht! Haha! Wow! Daher setzt er drei Bananen hin und trifft mich einmal, ja moin! Hey! 200 IQ! Och ne, bitte nicht! Och ne, bitte! Haha! Boah! Oh! 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 Ich hab' keine Lust gehabt, weißt du? Die war nicht von mir! Und kennst du schon die rote hier? Kennst du die? Nooo, aber die blieb ich nicht kennenlernen! Da kommt aber noch was Schönes! Oh, das spielt mir sehr in die Karte! Vor allem als erster drei Bananen, das schmeckt, würde ich sagen! Ey, das musst du mich ja mit der Tröte erreichen, ne? Oh! Oh! Was nehme ich denn hier alles mit, Alter! Warte mal auf der Strecke! Oh! Wer hat die Bombe wiedergelegt? Heavens? Ja, wer denn wohl! Das war ja so, so klar! Oh! Es macht einfach zu viel Spaß, andere Leiden zu sehen! Maul! Ich zieh mir noch, sogar noch dein Gesicht dabei! Echt? Was macht es sich noch schlimmer? Ey, nee, ich hab' keine Lust mehr! Alter, warum krieg ich denn hier beschissene vier Pilze? Auf dem vierten Platz, was soll denn das? Was soll denn das? Was soll ich mit Pilzen, Alter? Oh! Eine für den ersten! Ich zieh mir diesen Demotionszweck zurück! Blitz! Oh, leckte mich im Viereck! Da will ich das decken! Bitte bleib weg! Bitte bleib weg! Ach! Schwule, komm her jetzt! Nee, hau ab, Alter! Der ewige Zweite ist zurück! Wo ist denn der Carsten, Mensch? Ist das der Metallwarriere da ganz unten? Au! Meine Ohren! Alter, Carsten, was ist denn da los? Carsten! Ja, Moin, Baby Daisy, ein Dritter! Das Mischstück! Was hat der Carsten gesagt? Ja, warte mal ab! Ich habe geübt! Schreibt dem ja jetzt! Na, hallo, Vater mit Schirm! Weißt du, das letzte Mal, als ich gespielt habe, war, dass ich mit euch aufgenommen habe. Ja, Moin, ich bin trotzdem Zweiter! Ah, Corona! Jetzt ist der ja sauer, jetzt will der Mario, äh, Joshis Piste nehmen! Joshis Tal! Ja, Moin! Ach, nein! Nein! Ja, by the way, ähm, not sponsored, Gerold Steiner, Wasser, Sprudel. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, ja! Gut, haben wir das auch geklärt. Hier auch extra noch reinstellen. Perfekt. Für alle Werbenden. War's. Ich weiß, wie man Geld reinbringt. Für Carstens Account. Was macht der eine dicke Affe hier vor mir? Ey, nix gegen den Affen. Naja, nichts, was hilft. Außer Napalm. Oh, fuck! Da ist ne U-Bar. Ich nur eine. Nee, da so... Wo geht denn dieser scheiß Panzer hin, ey? Wo ist es schon los? Die geht weg. Panzer, ey. Viel Spaß mit der Coin, wer auch immer so geklaut hat. Ich. Ja, nice. Der der am ruhigsten ist. Und jetzt? Nein! Fuck dich! Alter, wie Carsten sich freut. Ich hab nen Stern gehabt. Ich hab nen Stern gehabt. Lass mich. Ich wollte grad sagen, jetzt Schicksalsschlag. Och man. Friss das! Jawohl, gut gemacht. Immer gegen Carsten. Bin ich dafür. Hey, wer fährt denn da auf meiner Strecke rum? Da fährt nie jemand lang. Hallo, du bist mein Bruder. Du musst mich zu mir halten. Nee, ich bin... Du bist mein Konkurrent. Ah, geh weg mit deiner Scheißbombe. Ich glaub, es hackt. Knapp. Oh! Zug! Alter! Wer hat denn hier so viele Rote? Hallo! Jawohl! Noch ne Rote! Warum?! Ja! Was willst du an denn da hin? Gaston auch welche. Ich seh nix! Oh mein Gott. Ja, und Grüne, genau! Hallo, beiden, all Grün bei euch! Oh, fuck! Na gut, egal. Ja, genau! Nein! Ist das räudig! So ein dreckiges Dreckspiel. Das ist so schlecht gemacht. Ich hab doch meine Banane rausgeholt! Ja, das kann man auch falsch verstehen, ich weiß. Jiiiiiiiiiiiiiiiii.... Okay, damit ist die Aufnahme offiziell ab 18. No. Ja! Ja! Was war das denn?! Das war ich mit meiner Roten! Lick mich! Nee! Oh, fast nicht! Kreuzweise. Im Karree. Spiralförmig, wie auch immer! Extra nach hinten geguckt. Ich bin als zweite an Krieg. Noch fünfter geworden, ja! Ausfahren, setz dich am Ende des Tages, dann geh doch durch. Basti, mach du das Auto, ich hab keine Lust auf dich. Warte, ich muss doch mal die Bestenliste, mal ganz kurz. Oh, meine Aufnahme ist kaputt. K-Asten Fünfter. Damit danke fürs Einschalten, für die gute Fahrweise von K-Asten 10. Man kennt ihn. Null. Erster Link in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschau.